Hallo liebe Freunde der Säbelzahme, hallo liebe Freunde der Panzerei. Heute wird es mal ein etwas anderes Video geben, denn heute werde ich euch meine Bücherregale einmal vorstellen. Denn wie ihr wisst oder einige meiner Zuschauer wissen, die schon ein bisschen länger dabei sind oder besser aufpassen, sind wir, meine Frau und ich, vor kurzem umgezogen, vor zwei Monaten und ich habe jetzt ein eigenes Arbeitszimmer und deswegen habe ich jetzt auch mehr Platz für Bücherschränke, mehr Platz für noch mehr Bücher. Meine Frau freut das sehr und mich natürlich auch. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, was für Bücher ich so habe, weil einige nämlich auch gefragt haben, zum Beispiel, was das hier für Bücher sind. Und da werden wir jetzt mal kurz gleich darauf eingehen. Das ist natürlich eher so ein Video für meine, ja, super Fans, sag ich mal, also für die wirklich wichtigen Leute auf diesem Kanal, die diesen Kanal auch mit groß gemacht haben auf über 30.000 Abonnenten. Und so ist das hier auch so ein bisschen das 30.000, 32.000 mittlerweile Abonnenten-Special. Genau, ich gehe jetzt gleich einfach mal die einzelnen Regale durch und ich werde noch mal ein bisschen nach unten gehen, eben in dem Bereich, den ihr normalerweise nicht seht, wenn das einfach nur mein Hintergrund ist. Und ich habe mich entschieden, dieses Video diese Woche zu machen, weil wenn ihr das hier seht, dann bin ich hoffentlich schon am Strand auf Fuerteventura und lass es mir gut gehen, eine Woche lang. Also fangen wir einfach mal an, von oben nach unten, links nach rechts. Und ganz oben seht ihr ja, da sind so ein paar Kobi-Modelle und so vom Panzermuseum, der A7V-T72, den mir jemand freundlicherweise geschenkt hat und einige Revell-Modelle, die ich schon vor vielen Jahren gemacht habe, weil mittlerweile durch den YouTube-Kanal habe ich dafür einfach gar keine Zeit mehr, aber eins habe ich damals schon mal gemacht. Hier oben fängt alles an mit dem Feiglandkrieg, oben links und hier noch so ein bisschen. Feiglandkrieg natürlich ein Thema, was mich sehr interessiert hat, war bis vor einigen Jahren ja der letzte große Krieg zwischen Staaten, die einigermaßen auf einem Level waren. Und leider hat sich das geändert und leider wurde auch das 40-jährige Jubiläum des Feiglandkrieges überschattet 2022 von einem anderen weltpolitischen Ereignis. Deswegen habe ich dazu weniger Videos gemacht, als ich eigentlich wollte. Denn meine Serie über die britischen leichten Panzer, das ist immer noch etwas, was mich sehr interessiert und eine Videoserie, auf die ich immer noch sehr stolz bin. Ich hätte gerne mehr zu diesem Thema gemacht, aber vielleicht mal in der Zukunft noch mal. Was hier oben vielleicht hinweisenswert ist, ist das Buch der Leopard 2 und sein Werden und seine Leistung von Paul Werner Krapke. Tolles Buch über die Entwicklung des Leopard 2 und aber auch, über weitere Themen mit Artikeln, mit weiteren Themen. Nicht nur eine Beschreibung der Entwicklung des Fahrzeuges, sondern auch, wie er eingeführt wurde, wie die Instandhaltung organisiert wird und so weiter oder auch die Fertigung. Sehr interessant, kann man auch noch ganz gut bekommen. Also gebraucht online. Genau, dann habe ich hier weiter noch Videos, Videos, Bücher. Ich bin zu sehr im Video machen drin. Bücher über den Pazifikkrieg, Zweiter Weltkrieg im Pazifik. Und da halt allen voran Kai-Gun ist ja das allererste Buch gewesen, was ich auf meinem Kanal damals besprochen habe. Die älteren Abonnenten wissen es, ich habe angefangen mit Buchrezensionen, weil ich habe damals gesagt, ich weiß noch nicht genug. Und da fange ich einfach erst mal mit damit anzusagen, wie ich ein Buch finde. Das kann man ja sagen. Das ist ja dann einfach erst mal nur die eigene Meinung. Hier möchte ich noch herausgreifen bei den Büchern von ZMSBW, dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, das Rüstungsgüterbeschaffung in der Aufbauphase der Bundeswehr 1953 und 1961 von Dieter H. Kolmer. Ich weiß gar nicht, was er jetzt vom Rang her jetzt ist, aber er ist Bundeswehroffizier. Super Buch. Er nimmt als Beispiel den HS-30 für diese Phase, hat aber auch ganz viele andere Geschichten. Ich werde dieses Buch jetzt demnächst intensiv benutzen, wenn ich mein Skript mache über den HS-30. Das ist ja jetzt, ja was heißt demnächst. Schauen wir mal, wie schnell es geht. Aber was ich gerne als nächstes machen möchte in der Schützenpanzer-Reihe. Die Bücher vom ZMSBW über die Frühphase der Bundeswehr, total interessant, einfach um zu sehen, warum haben wir das so aufgebaut, was gab es für Herausforderungen, weil eben auch Teile davon wieder relevant sind heute. Denn damals wollte man sehr schnell die Armee aufstellen. Heute möchte man die Armee vielleicht wieder mit ein paar mehr Leuten ausstatten und Personalprobleme, Platzprobleme, Ausrüstungsprobleme, das waren alles auch Themen damals. Und ja, da wiederholt sich die Geschichte so ein bisschen. Genau, ein bisschen darunter ist dann alles, was mit der NVA zu tun hat. Ganz verschiedene Bücher, super interessantes Thema und ich finde auch, dass es auf YouTube zu wenig gute Einhalt über die NVA gibt. Deswegen war ich auch dem Raketenmuseum so dankbar, dass ich dort was mit denen machen durfte und mit denen filmen durfte. Und hier versuche ich mich ständig weiterzubilden. Deswegen habe ich ja da oben auch... Hier die ganzen Vorschriften und Handbücher von der NVA, die ich auch immer wieder zukaufe. Das Wichtigste an der Stelle, wenn man ein bisschen hier die Timeline mal merkt, ist, denke ich, dass über den mittleren Panzer die Panzerbesatzung sehr interessant, auch ein paar schöne Darstellungen drin. Und ich habe auch noch ein Handbuch, das werde ich jetzt nicht raussuchen, vom T-72, die Nutzung. Auch sehr interessant. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal benutzt. Und das ist ja eine sogenannte, ja, quasi eine Primärquelle. Und das ist total geil, dass man da, dass ich da Sachen benutzen darf, dass ich sagen kann, wie war es denn wirklich? Wie hat die NVA das vorgeschrieben? Also super interessant, solche Sachen in die Hände zu kriegen. Nicht billig, aber irgendwo muss ja mein ganzes YouTube-Geld hin. Vielleicht da nochmal kurz, weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich dann das hier als Hauptberuf mache. Nein, von YouTube kann man in einem Geschichts-Videokanal nur schlecht leben. Sehr, sehr schlecht. Und das mache ich nicht. Ich habe einen richtigen Job bei einer großen deutschen Logistikfirma, da kalkuliere ich Preise für Großkunden. Das hier ist ein Hobby. Und da stecke ich sehr viel Zeit rein und auch dann eben das Geld, was so rumkommt, ungefähr im Jahresdurchschnitt 3 Euro pro 1000 Aufrufe. Das stecke ich dann auch eben zum Beispiel in Bücher oder eben, ja, den Teleprompter, die Kamera, das Stativ, die Lichter, die Kamera selber, das neue Mikrofon, das neue Mikrofon halte ich jetzt nicht in die Kamera, die ich mir gerade gekauft habe. Also, all das kostet ein Augengeld, Reisekosten, was auch immer. Also, es ist ein Hobby, es ist ein interessantes Hobby, anstrengendes Hobby, aber es ist ein Hobby. Also, vielleicht darf so ein bisschen den Anspruch mal ein bisschen runterfahren. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute denken, ich habe hier ein ganzes Produktionsteam dahinter. So ist es nicht. Ich mache fast alles alleine, aber dazu gleich noch eben am Ende beim Update über den Kanal ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich mich schon festgequatscht hier. Ja, ich habe hier noch so ein paar Bücher, Römische Legion und was auch immer, noch ein bisschen was zum Dritten Reich und sonstige gesammelte Werke. Und dann habe ich hier die ganzen Osprey-Hefte. Osprey ist ja eine britische Marke und die machen verschiedenste Hefte zu verschiedensten Themen, zu Panzern, was auch immer. Oder zu einzelnen Panzerfahrzeugen, aber auch, was weiß ich, zu allen möglichen anderen militärischen Themen. Und hier möchte ich herausgreifen, Sega vs. M60, M60 Main Battletank im Yonke-Pool-Krieg 1973. Und vom Titel her dachte ich so, ja, das ist doch bestimmt irgendwie nur so ein Quatsch, wie so ein Vergleichsvideo auf YouTube eben wahrscheinlich auch normalerweise immer Quatsch ist. 10 Punkte, the best tank in the world, whatever. Aber das hier war wirklich ein sehr gutes Buch, gute Quelle, gut geschrieben, sehr viele interessante Fakten drin. Und so kann ich auch die ganze, oder ich habe erst das gelesen, aber so habe ich mir jetzt auch ein paar andere Bücher in dieser Reihe gekauft und hoffe, dass sie auch ähnlich sind. Und gerade dieses kann ich eben auch empfehlen und ansonsten eben auch diese Osprey-Hefte als eine erste Einführung im Thema. Natürlich alles auf Englisch, das ist auch ein Thema, ihr werdet sehen oder ihr seht hier auch, dass viel von meinen Büchern auf Englisch ist. Und das ist einfach so. Vieles gibt es einfach nicht auf Deutsch, leider. Und ich möchte da euch auch Mut machen, einfach mal ein Buch zu kaufen auf Englisch, was euch interessiert. Wenn es euch nämlich wirklich interessiert, wenn ihr es nicht lesen müsst für die Schule oder für das Studium oder was auch immer. Wenn ihr wissen wollt, was da drin steht, dann seid ihr motiviert und wollt wissen, wie es weitergeht. Und dann lernt man auch diese Vokabeln. Gerade wenn es um ein Fachthema geht, hat man die Vokabeln relativ schnell drauf und dann kann man auch, zumindest ging es mir so, dann eben auch das erfassen, was da los ist. Und ja, sein Englisch verbessern und was Interessantes lernen. Und dann eben auch sich eine ganz neue Welt eröffnet an Informationen rund um Panzer. Genau. Da drunter, das seht ihr jetzt nicht, da sind dann noch Bücher wiederum von einem englischen Hersteller, die Haynes-Serie. Die haben ursprünglich so Bücher gemacht, wie repariere ich mein Motorrad und so. Und haben dann eben auch viele Bücher gemacht über Panzer und so in diesem Dings. Also so eine Art Handbuch für den Panzer, aber dann auch geschichtliche Informationen dazu. Habe ich mir einige von gekauft. Ganz interessant, gut geschrieben, coole Ressourcen, coole Bücher dazu. Dann wollte ich noch ein bisschen mehr über die sowjetische russische Armee lernen. Und gerade lese ich hier dann in dem Zusammenhang auch ein Buch über die NVA, nämlich Kriegsschauplatz Deutschland, Erfahrungen und Erkenntnisse eines NVA-Offiziers von Siegfried Lautsch. Ich glaube, Oberstleutnant AD der NVA und der Bundeswehr, der ist dann noch übernommen worden. Hier geht es darum, oder es ist ganz interessant, das zu lesen, weil er beschreibt hier aus NVA-Sicht, wie eben die Denkweise des östlichen Bündnisses war, wie man geplant hat, was wichtig war und so weiter. Da habe ich schon sehr viel mitgenommen und ich habe dann noch ein, zwei andere Bücher bestellt und Handbücher auch von den Amerikanern, die eben darüber schreiben, mir runtergeladen, wie die Sowjets eben gedacht haben, militärische Operationen durchzuführen. Da versuche ich mich gerade so ein bisschen vorzubilden, weil ich auch der Meinung bin, dass die Sowjets, dass gerade auch sowjetische Panzer, russische Panzer, sowjetische Panzer ist ein Unterschied zu russischen Panzer, unterschätzt werden und zu oft gesagt wird, ja, das ist ja Russenschrott und so, das habe ich auch schon oft gehört. Die waren, denke ich, besser als ihr Ruf im Westen ist und da möchte ich in Zukunft auch noch das eine oder andere Video drüber machen. Genau, die allerwichtigsten Videos, Videos, ich weiß nicht, was ich mit Videos sage, Bücher sind hier oben, in dem Sinn, dass hier eben so ein paar Schwerkaräter dabei sind. Eben Markus Pöhlmann, der Panzer und die Mechanisierung des Krieges, das Buch über die deutsche, auf Deutsch, über die deutsche Panzerwaffe, Zweiter Weltkrieg, vorher Entwicklung und so, sehr gutes Buch. Technologie der Panzer von Rolf Hilm ist auch ein Top-Buch, obwohl es schon relativ alt ist, eben aber gut darauf eingeht und hier eben dann auch noch ein paar Bücher aus dem Panzerkanon vom Panzermuseum. Kann ich immer noch empfehlen oder kann man immer noch empfehlen. Armer darüber, wie Panzerwaffe genau funktioniert. Ich habe ungefähr vielleicht 20 Prozent von diesem Buch verstanden. Es ist sehr gut, es geht sehr tief, es ist sehr interessant. Genau, darunter die Reihe, da haben mich einige gefragt, was das ist. Das ist die Honeycutt-Reihe. Honeycutt hat halt diese Reihe, Minus ein Buch, das von dem Chief denn ist, geschrieben. Über alles Mögliche rund um die amerikanischen Panzern, deren Entwicklungen, verschiedenste Versuchsprojekte und so weiter. Sehr technisches Buch, wenig warum, wieso, weshalb. Aber wenn man das halt technisch wissen will und sehen will, was die alles ausprobiert haben, dann ist die Honeycutt-Reihe genau das Beste oder das Richtige. Und die kriegt man auch über Amazon noch. Sind nicht ganz günstig. Ich habe über 1.000 Euro für diesen Satz hier letztes Jahr ausgegeben als Investitionsprojekt. Und ich bin noch dabei, die durchzuarbeiten. Ihr seht ja, hier haben so ein paar Markierungen, andere noch nicht. Hier von Wenxiangchung, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, War on Ukraine. Das ist so eine Serie von dieser Firma hier. Und der ist auf Twitter aktiv und hat sehr viel erklärt, zum Beispiel zum T-64. Das habe ich dem wieder gefolgt und habe sehr viel gelernt über den T-64. Sehr interessanter Panzer. Ich glaube, mein neuer Lieblingspanzer. Und eben diese beiden Bücher hier, die er dazu gemacht hat, zu den russischen, ukrainischen Fahrzeugen, also Bücherhefte, die kann ich auch empfehlen. So ein bisschen so Tankograben, also vom Format her des Dings Tankograben, aber da drin halt Informationen zu den Fahrzeugen. Sehr interessant, sehr gut recherchiert. Ein bisschen was habe ich auch zu israelischen Panzern. Hier auch aufgrund aktueller Ereignisse dann eingekauft oder relativ aktueller Ereignisse. Genau, hier unten wird es ein bisschen unwichtiger, ein bisschen was auch immer. Was ich ja auch schon teilweise besprochen habe auf meinem Kanal, ist diese Serie, die zwölfteile von Conway Historic, Conways History of the Ship. Und das ist halt eine zwölfteilige Serie mit Fachartikeln, Fachbeiträgen zu der jeweiligen Periode über die Entwicklung des Schiffes. Sehr tiefgehend, sehr cool. Habe ich sehr viel daran gelernt, also von den allerersten Schiffen bis in die 70er, 80er Jahre rein. Total interessant, habe ich schon sehr viel gelernt, aber habe ich leider noch nicht fertig gelesen. Aber wenn ihr da euch das interessiert, kann ich das nur empfehlen. Kriegt man auch ein bisschen in Deutschland. Jetzt nicht mehr so einfach, die zu bekommen nach dem Brexit. Ich habe zum Glück die meisten voll im Brexit gekauft, dann kommt man noch. Das günstig machen heute ist das leider sehr viel schwieriger. Genau, hier nochmal die NVA-Handbücher und so. Interessantes Thema für mich mit, wie gesagt, hier mit Illustrationen und so, die mir die anzugucken und Fakten darüber zu sammeln, wie es denn wirklich war. Muss ich, oder habe ich heute noch welche bekommen? Möchte ich weiter ausbauen in dieser Sammlung? Schauen wir mal. Das Buch über Panzer, das man kaufen sollte, wenn man sich darüber auf Deutsch informieren will, ist auf jeden Fall, also über Panzertechnik und warum, wieso, weshalb, meinen Stand in der Panzerentwicklung, Panzerkonzepte und Baugruppentechnologie von Rolf Himmis, dem deutschen Panzerpapst, zumindest Panzertechnikpapst. Das ist top. Das benutze ich auch immer sehr gerne als Quelle. Für mich könnte es natürlich dreimal so dick sein am liebsten, aber, naja, der Motorbuchverlag sagt halt, so dick und nicht weiter, das könnt ihr super kaufen, das könnt ihr super lesen, eben auch auf Deutsch. Genauso auch Frank Lobitz, das Gesamtwerk oder die Einzelteile Deutschlands international über den Leopard 2, aus dem Tankograd oder von Tankograd Publishing, aus dem Tankograd Verlag oder Verlag Jochen Vollertscheter. Auch super. Wenn ihr auf Englisch was wissen wollt über die T-62, T-54 und T-55, dann sind diese Bücher top. Sehr interessant. Und sowieso auch insgesamt so ein bisschen über sowjetische Panzerei lernt man da hinten links und rechts auch noch was. Genau, ich habe hier noch eine Reihe Bücher über die britischen Panzer, vom britischen Panzermuseum. Und da kann man, denke ich, nochmal rausgreifen. Das ist jetzt nicht vom Panzermuseum, aber Shopham Arma. Super Überblick über die britische Panzerentwicklung im Kalten Krieg. Obwohl ich den Titel ein bisschen komisch finde, mit dem Shopham. Aber wahrscheinlich war das so das Alleinstellungsmerkmal und das wollten wir so ein bisschen noch rausgreifen. Die ganzen Dinger, die ihr hier seht, das ist alles Dekommunition. Angesäbelt, leer gemacht, völlig legal. Das will ich nochmal dazu sagen. Nicht, dass hier irgendjemand noch Schnappabungen bekommt. Eins meiner bisher teuersten Bücher, die ich gekauft habe, Schützenpanzer Marder. Das war nämlich von Hans-Peter Lohmann und Roy Filmes. Das war nämlich sehr lange vergriffen. Und deswegen haben einige Leute das dann für, was weiß ich, 300 Euro ins Netz gestellt. Ich hatte Glück, ich habe das hier, glaube ich, für 70, 80 Euro gekauft. Irgendwo 75 Euro auf einer Veranstaltung. Top Buch. Und das Schöne ist, dass das jetzt wieder aufgelegt wird vom Motorbuch Verlag. Ich weiß gar nicht, ob es schon raus ist. Und ja, also ihr braucht keine 200 Euro oder was mehr dafür bezahlen. Demnächst kommt es neu. Ich hoffe, dass sie das über den Lux vielleicht auch nochmal neu auflegen. Aber der ist ja nur nicht wieder in den Fokus gerückt. Das Buch von Wolfgang Schneider und Leopard 2 habe ich noch nicht gelesen. Ich kann aber sagen, dass die englische Version einige krasse Übersetzungsfehler hat. Ich weiß nicht, was die Übersetzungsfirma oder den Menschen, die die da mit der Auftrag haben, da geritten hat. Ganz komisch. Panzer Marder 2000 Buch von Herrn Wolfgang Schneider ist aber sehr gut. Das kann ich auch empfehlen. Genau. Und das ganze, Wolfgang Schneider geht hier direkt weiter. Das ganze Thema Tiger im Zweiten Weltkrieg. Sehr gute Bücher darüber. Wenn man alle wirklich Details wissen will. Richtig cool. Und dann natürlich eine ganze Reihe weiterer Motorbuchbücher, die man immer ganz gut sich angucken kann und lesen kann. Das einzige Buch oder ein Buch, was ich aus der Reihe nicht empfehlen kann, ist das über den M.V. Sherman. Das ist einfach, also wenn man sonst nichts kaufen kann, okay. Weil man nur Deutsch kann. Aber da sind einige krasse Übersetzungsfehler drin. Und ich finde einige der, oder die Sicht auf den Leo, auf den M.V. Sherman hier drin, die hier transportiert wird, ist auch veraltet. Also der Sherman war ein guter Panzer und hier ist manchmal, hört sich das so an, als ob das Ding Schrott war. Und das ist einfach nicht so. Das stimmt einfach nicht. Da sind wir auch heute weiter in der historischen Betrachtung dieses Fahrzeuges. Das ist eigentlich nicht, das ist nicht mehr zeitgemäß, das so zu machen. Genau. Und ansonsten habe ich hier noch einige Bücher unter ferner Liefen. Ich gucke auch nochmal, ob man noch was rausgreifen will. Bisschen was über den Pazifik-Krieg und so. Gehört eigentlich dahin. Muss ich eigentlich nochmal umwechseln. Aber nein. Ne, genau. Und dann, hier sieht man noch so ein bisschen die Wichtigkeit. Also wenn ich jetzt euch das einbände, hier unten sind halt dann Flugzeuge und Schiffe, weil das einfach nicht so mein Fokus ist. Und das habe ich, denke ich, auch vorhin hier gar nicht gesagt. Ich habe hier ganz unten noch die gesamten Flugzeugsachen. Und da wird es halt nur für mich interessant, wenn, was heißt nur, es wird interessanter für mich, wenn es auch ein bisschen im Bodenangriff geht. Der Mille Mi 24 ist für mich, ja, mein Lieblings-Heddy, einfach weil er cool aussieht. Und das Buch hier ist super vom Motorbuch Verlag. Kann ich euch auch empfehlen. Und ich möchte demnächst auch mal da über dieses Flugzeug, über dieses Luftfahrzeug auch mal ein Video machen. Und das wird auch mit einer der Quellen dafür sein. Genau. Und bei den Schiffen, da hatte ich mir ein paar Bücher gekauft, wie Bismarck und so, für ein Video von dabei. Das wisst ihr ja, wie ihr das gesehen habt. Und ansonsten, Volksmarino und so, habe ich auch kürzlich angeschafft, aber noch nicht gelesen. Da komme ich einfach gerade nicht zu. Es ist einfach so, dass das einen YouTube-Kanal zu machen einfach sehr aufwendig und zeitintensiv ist. Und deswegen komme ich gar nicht mehr so zum Lesen, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Genau, da ganz unten habe ich noch einen Haufen Zeitschriften. Eine spanische Zeitschrift, die ich lese oder hin und wieder lese, wenn ich Zeit habe. Ich habe keine Zeit, also lese ich sie gerade nicht. Das ist Peter Ferro. Und eben Europäische Sicherheit und Technik, die ich abonniert habe, auch über den Kanal. Damit ich eben auch hier aktuell weiß, was los ist und so. Ein Buch, was ich auch interessant fand. Ich wollte mal was über die russische Geschichte wissen. Meiner Meinung nach habe ich das noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges gelesen. Und ich, was weiß ich, sind irgendwie tausend irgendwas Seiten. Und ich kann nur, eigentlich kann man das so zusammenfassen, dass es nie eine gute Idee war, ein normaler Russe zu sein. Und ja, keine einfache Geschichte. Und ja, interessant, ziemlich veraltet, glaube ich, das Manuskript, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, das kann man sich ja auch mal zu Gemüte führen, zu gucken, warum dieses Land heute so ist, wie es ist. Das hat ja immer auch Gründe. Ansonsten habe ich hier noch ein paar andere Bücher und so. Das sind aber alles so, ja, Unterferner lief, ein paar Star-Wars-Bücher und so. Ich habe ja durchaus auch noch ein paar Romane und Bücher, die eben nichts mit Panzern zu tun haben. Ein oder zwei. In den Urlaub werde ich zum Beispiel noch ein paar Bücher aus der Star-Wars-Rogue-Squaddon-Serie mitnehmen. Eben über die Sonderstaffel der Rebellion, wenn man das auf Deutsch sagt. Genau. Das war es erstmal so mit dem Überblick von meinen Büchern. Vielleicht ein kleines Kanal-Update noch ans Ende. Eben diese Woche kriegt ihr das hier zu sehen. Nächste Woche geht es weiter mit einem Video über einen Vergleich zwischen Rad- und Kettenlaufwerken oder warum man die hat, warum wir so, was sind die Vor- und Nachteile. Da hatte ein Zuschauer mich gefragt. Zuschauer-Fragen gucke ich mir natürlich immer an. Versuche mir die zu notieren. Ich habe da ein Dokument für. und dann eben auch bei Gelegenheit zu beantworten. Also wenn ihr noch eine Zuschauer-Frage habt, wenn ihr was von mir wissen wollt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Das lese ich mir durch. Ich kann nicht immer antworten, aber ich notiere mir auch was. Und vielleicht habt ihr Glück. Und es wird dann auch mal Grundlage eines meiner Videos, wenn ich mal gerade eine Woche nicht weiß, worüber ich was machen soll. Updates mäßig zum Kanal vielleicht noch. Ich habe jetzt einen Zuschauer gefunden, der, oder er hat mich angeschrieben, der angeboten hat, Thumbnails für mich zu machen, für meinen Kanal. Und ich weiß jetzt nicht, ob er für dieses Video welche gemacht hat, aber für den M39, also ich weiß das jetzt noch nicht, für den M39 hat er welche gemacht und die haben gut ausgesehen. Und es ist ja schön, dass er mir da die Arbeit ein bisschen abnimmt für ein kleines Taschengeld. Ich möchte natürlich ihn nicht komplett ohne auch monetären Pluster liegen lassen, auch wenn das Geld ist, was ich natürlich dann nicht wiederbekomme oder trotzdem versteuern muss. Aber das ist ein anderes Thema. Und wir werden einfach mal gucken, wie das so weiterläuft, ob das ein Modell ist, was funktioniert, ob man da auch weiter Lust drauf hat. Weil richtig ordentliche Grafiker kann ich, wie gesagt, nicht bezahlen. Ich kann genauso, wie ich keinen ordentlichen Tontechniker und einen Menschen, der was schneiden kann, bezahlen kann, weil ich einfach die Einnahmen das einfach überhaupt nicht rechtfertigen kann. Das ist meistens halt einfach im 50-Euro-Bereich, ich weiß es nicht. Und damit kannst du niemanden bezahlen. Ich kann ja auch meine eigenen Arbeitsstunden nicht bezahlen. Es ist halt am Ende ein Hobby, auch wenn es sehr anstrengend ist und teilweise eben auch ja doch trotzdem ziemlich viel Reichweite generiert. Ich hatte im letzten Monat irgendwie 600.000 Aufrufe oder so. Das ist natürlich schon mal was. Nein. Ansonsten weiter im Kanal wird es so gehen, dass ich als langfristige Projekte versuchen werde, die Schützenpanzer-Serie fortzusetzen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell ich dazu komme, das zu machen, weil klar kann ich ins Panzermuseum fahren und mich da hinstellen und irgendwas machen. Aber ich muss ja erstmal den Text geschrieben haben. Und ich muss den Text ja auch vorgearbeitet haben. Und gleichzeitig muss ich es schaffen, irgendwie Videos rauszubringen, weil YouTube das nicht so geil findet, soweit ich weiß, wenn man mal eine Weite nichts rausbringt. Das heißt, wir werden sehen, wann das möglich sein wird. Ansonsten Update-mäßig, nächste Woche bin ich im Urlaub. Danach sind dann schon ein paar neue Projekte geplant. Und was zum Beispiel sehr cool ist für mich, ist, dass ich das erste Mal von einem Publisher ein Buch jetzt vorab zugeschickt bekomme, von einem kleinen unabhängigen Publisher, was ich mir angucken darf und wo ich dann auch ein Video zu machen kann oder mit dessen Hilfe ich auch ein Video zu etwas machen kann. Das ist natürlich sehr cool, jetzt diese Möglichkeit zu haben. Das hätte ich nicht gedacht, damals, als ich das allererste Mal mich hingesetzt habe mit so einem Bart während der Corona-Zeit, glaube ich, und ein Buch besprochen habe in einem Video. Genau. Ansonsten freue ich mich weiterzumachen. Ich möchte mich bei euch bedanken für über 30.000 Abonnenten, für jedes Mal, wenn ihr auf meine Videos klickt und euch das anguckt. Das ist richtig cool, dass ich dieses große Glück habe, dass es Leute gibt, die sich das angucken und auch immer wieder angucken, was ich mache. Das gibt mir sehr viel und ich bin euch da sehr dankbar für jeden Klick, für jeden Like, für jeden Kommentar und natürlich auch gerade für jedes Abo. Und gerade die Abos, das ist etwas, das heutzutage nicht mehr so die Aufrufzahlen bestimmt. Es gibt Kanäle mit Millionen Abonnenten, die 20.000, 30.000 Aufrufen bekommen. Aber es ist halt eine schöne Kennzahl für den YouTuber, für mich. Und auch, wenn ich versuche, irgendwo reinzukommen in ein Museum oder so, dann gucken sie sich natürlich die Aufrufzahlen an, aber gucken sie sich an, wie viele Abonnenten hat der denn. Und wenn da einer mit 30.000 ankommt, dann wird der anders behandelt, denke ich, als der mit 100.000 oder 5.000, positiv wie negativ. Und von daher hilft das schon sehr, wenn man da draufklickt. Und für euch im Umkehrschluss hat das eigentlich nicht viel Folgen, weil heutzutage das Abo-Ding nicht mehr viel damit zu tun hat, was man angezeigt bekommt als Vorschlag auf dieser Vorschlagseite, die ja für die allermeisten der wichtigste Ort ist, wo sie sich das nächste Video aussuchen. Ich weiß, viele von meinen Zuschauern oder einige von meinen Zuschauern gucken sich in ihrem Abo-Tab das an, weil wer wieder was rausgebracht hat, dann stellen sich so das zusammen, was sie schauen wollen. Da seid ihr aber absolut in der Minderheit, die Leute, die das machen. Ich kriege 80, 90 Prozent meiner Aufrufe eben über diese Startseite. Die Leute gehen rein, ah, das, das sechs Stück, die mir vorgeschlagen werden, ich klicke auf eins, bang, die gucken nicht, hat dieser Bitzwunsch mal was, Säbelzahnmöbel was rausgebracht, hat irgendjemand anders was rausgebracht und so weiter. Genau. Lange Rede, etwas Sinn und ein paar Bücher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche und viel Spaß und natürlich wie immer eine Handbreite Luft unter der Wand und ich hoffe, dass ich dann auch auf Fuerteventura mal eine Handbreite Wasser unter meinem Kiel habe, wenn ich schön schwimmen gehe. Und demnächst sehen wir uns dann wieder auf meinem Kanal und es gibt neue, schöne Videos von mir. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020